Hey Leute, ich bin der Sven und weiter geht's mit Uncharted 4, der Multiplayer-Beta. Uh, jetzt hat's ziemlich schnell die Leute gefunden. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal die Klasse Angriff. Jo. Und da haben wir als Besonderheit die Panzerfaust. Ja, den Zorn von El Dorado kennen wir ja schon aus dem letzten Video. Die Granate haben wir auch und den Unmenschenhelfer. Dann nehme ich als Spielfigur mal die Elena. Äh, genau. Und dann geht's auch schon los. Ach nein, es lädt noch. Die Stadt, okay. Also links ist unser Team und rechts war dann das gegnerische Team zu sehen. Und da geht's auch schon los. Ui, wieso, wieso haben die denn schon... ...von Punkte? Okay. So, das Besonderheit ist an der Klasse, dass wir halt hier Granaten werfen können. Bei den anderen Klassen, die haben halt immer unterschiedliches Zeug zum Werfen. Ich glaub, der Taktiker, soweit ich weiß, der hat dann so C4-Springstoff. Oh, da ist schon einer. Fuck. Das geht's nicht. Ja, ich stimme mich halt an. Ach, das ist immer mein Problem. Ich fülle mich hier an und dann... ...klappt's meistens nicht. Verdammt, wenig Munition. Das heißt, wir müssen bald auf die Pistole umsteigen. So, jetzt haben wir wirklich bloß noch die Pistole. Ah, genau. Unsere Freundin wird schon geheilt. Einwandfrei. Oh, Glück gehabt. So, und jetzt, äh, genau, müssen wir die noch exekutieren. Dann kriegt man halt noch einen Bonus oder dann sind wir wirklich K.O. In dem Zustand, wenn man selbst so getroffen wird, kann man geheilt werden. Von Teammates. Oh, schön. Jetzt haben wir wieder... Munition. Kommt von hinten, einer? Schön, so, ja. Ach, schade. Ah, genau. So, jetzt kaufe ich mir den Raketenwerfer. Das ist auch schon einer. Oh, nein, muss ich genau in dem Moment nachladen. Prima. Hoffentlich heilen die mich. Helft mir. So, das Kill Limit liegt bei 35. Jetzt haben wir schon 20, die anderen 16. in dem Moment nachladen. Also, meistens geht das schnell von der, von der Hand, die Partie. So, auch wieder nur K.O. hat sich mit dem schon jemand anderes erlegt. Boah. Der Granate ein erwischt, sehr gut. Der K.O. König. Okay. Eigentlich ist es immer recht schwer. Deshalb wundert mich das gerade. Ach, verdammt. Schade. Okay. Okay. Oh, ich kaufe jetzt mal hier so ein Ding. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt auf dem... Boah, hier oben ist ein Fenster an, ob man das direkt auf dem Gegner nimmt. Nee, muss man nicht. Ja, gut eingesetzt, würde ich sagen. Das geht's nicht. Ja. Ja, ich stelle mich immer schwer an mit dem Analogstick. Tut mir leid. Oh, das ist echt ein knappes Match. Aufrüstung verbessert. So, jetzt müssen wir uns mal etwas anstrengen. Oh, verdammt. Oh. Oh. Das geht's nicht. Oh. 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 Ich habe gedacht, unser Freund hat ihn schon erledigt. Sehr schön gewonnen, das freut mich. So, gucken wir uns noch die Punkte an. Na gut, viermal gestorben, vier Kills, sieben K.O.s, sehr gut. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut.